ja die habe ich heute mein kind geholt die schuhe das sind winterschuhe da habe ich einmal die 35 gut ich fand die ganz gut sie hat zwar welche aber trotzdem habe ich noch welche geholt wer weiß ob wir dieses jahr überhaupt schnee bekommen in rosé und dann habe ich aber auch gleich noch eine nummer größer geholt weil die kinder wachsen ja auch schnell in der 36 die leuchtet auch guck da wollte eine frau die haben in der 36 ich sage nee die habe ich jetzt da waren nicht viele schuhe wirklich für große waren ganz ganz wenig schuhe winterschuhe so die habe ich geholt und dann habe ich ihr schnee unterwäsche geholt ein t-shirt dazu dann eine hose noch dazu und zwei skistrumpfhosen auch noch ich meine sie hat so auch leggings und alles aber trotzdem braucht man immer so was noch das ist einfach wichtig ja das habe ich ihr heute geholt